Hi Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Einbau-Kühlgefrier-Kombination-Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. Das fünfte Produkt auf der Liste ist der Haier HTR 6 und 5019 ENMG Kühl. Diese Kühlgefrier-Kombination von Haier bietet viele Vorteile für den Haushalt. Mit einem Gesamtfassungsvermögen von 348 Litern bietet er genügend Platz, um alle ihre Lebensmittel zu lagern. Die MyZone Plus Funktion sorgt dafür, dass alle Lebensmittel bei der perfekten Temperatur gelagert werden, während die Humidity-Zone Obst, Gemüse und Salat bis zu 2x länger frisch hält. Zusätzlich sorgen die Easy-Access-Gefrierschubladen für einen schnellen Zugriff und eine optimale Übersicht. Und nicht zuletzt verhindert die Total-No-Frost-Funktion, dass sie jemals wieder abtauen müssen. Questo frigorifero congelatore Haier ha molti vantaggi per la casa. Con una capacita totale di 348 Litri, offre abbastanza spazio per conservare tutti i vostri Alimenti. La Funzione MyZone Plus assicura c'è tutti gli Alimenti siano conservati alla temperatura perfetta, mentre la zona umidita mantiene frecchi frutta, verdura e insalata fino a 2Vp a lungo. Inoltre, i cassetti del congelatore Easy-Access of Rono un accesso rapido e una panoramica ottimale. Als nächstes auf Platz 4 kommt der Gornier NRK 4182 CW4 Kühl. Die Gornier NRK 4182 CW4 Kühl-Gefrier-Kombination ist eine gute Wahl, wenn Sie ein Gerät suchen, das sowohl nur Frost- als auch Multiflow 360 hat. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt dafür, dass alles gut sichtbar ist, während das Netto-Fassungsvermögen von 172 Litern im Kühltel und 80 Litern im Gefriertel viel Platz für Ihre Lebensmittel bietet. Der jährliche Energieverbruch von 216 kWh macht dieses Gerät umweltfreundlich und mit seinen Abmessungen von 55 x 182,4 x 55,7 cm passt es in jede Küche. La Kombinazione Gornier NRK 4182 CW4 Kühl-Gefrier-Euen-Ottimas-Celta-Per-Ci-Desidera-Uen-Apparecchio-Ci-Abia-Siano-Frost-Ci-Multiflow 360. L'Illuminazione interna a LED-FA-6-Ci-Tutto sia ben visibile, mentre il Volume DI accumulo DI 172 Litri nella Vazca da Bagno e 80 Litri nella Vazca da Bagno offre un ampio spazio per i prodotti DI-Consumo. L'Energia DI-Uen-Anoil-Consumo DI-216 kWh-Lorende-Uen-Apparecchio-Ecologico e con le Dimensioni DI-5 und 50 x 182,4 x 55,7 cm si adatta a quasi a sicucina. Das dritte Produkt auf der Liste ist der Boman KG 320.2. Die Boman KG 320.2 Kühl-Gefrier-Kombination ist der ideale Kühlschrank für jeden Haushalt. Sie bietet ein 122L Stauraum im Kühlfach und 53L Stauraum im Gefrierfach. Die Kühl-Gefrier-Kombination punktet mit LED-Beleuchtung und der Energieklasse E. Sie können Lebensmittel von Obst über Gemüse, Getränke, Tiefkühlprodukte und vieles mehr lagern. Die Kühl-Gefrier-Kombination ist mit 3 Glasablagen, 3 Türablagen, Gemüsefach, Eierfach, 3 Gefrierschibladen und einem Eiswürfelbehälter im Lieferempfang enthalten. Erhältlich in 4 verschiedenen Farben. Il frigorifero congelatore Boman KG 320.2 e il frigorifero ideale per ogni famiglia. Fornisse 122L di spazio di stoccaggio nel frigorifero e 53L di spazio di stoccaggio nel congelatore. Il frigorifero congelatore e dotato di illuminazione a LED e della classe energetica e e possibili conservare alimenti camfrutta e fedura, bewande, prodotti congelati e molto alto ancora. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist der Samsung BRB 260-189WW-EF. Samsungs BRB 260-189WW-EF Einbau-Kühlbefrier-Kombination mit 178cm und 256L Fassungsvermögen bietet eine große Lagerkapazität und eine Vielzahl von Funktionen, um ihre Lebensmittel länger frisch zu halten. Die großen, verstellbaren Türablagefächer sind ideal für die Aufbewahrung größerer Gegenstände wie Flaschen oder Milchtüten, während die Fächer für das Gemüsefach zusätzlichen Platz bieten, um Obst und Gemüse in ihrer Originalverpackung aufzubewahren. Der Kühlschrank Samsung BRB 260-189WW-EF ist mit einer Reihe von praktischen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen leicht machen, Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten. A nella parte interna delle grusitova un pratico vetro antibatterico, che impedisce la formazione dei batteri e quindi una lunga conservazione dei svoi prodotti. La tecnologia no force del Samsung BRB 260-189WW-EF garantisce che non si formi alcun ghiaccio sulle pareti della barriera, in modo che non si possapi abusare manualmente. Il Kühlgefrier-Kombination Samsung BRB 260-189WW-EF-H-U-N totale di quattro cassetti. Il Cassetto Inferiore e appositamente adattato per conservare carne, PES ESAL 6. Und schließlich, die Nummer 1 auf unserer Liste, der Siemens KG 39 RIK IQ 500. Diese freistehende Kühlgefrier-Kombination von Siemens ist low frost, was bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit dem Abtauen verbringen müssen. Die flächenbündige LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung des Innenraums, ohne zu blenden. Die hochwertigen Edelstahloberflächen der Kühlschranktüren sind resistent gegen Fingerabdrücke. Die Easy Access Glasablagen machen das Beladen, Betrachten und Reinigen zum Kinderspiel. Questa Libera Kombinatione Kühlgefrier-DI Siemens e low frost, il che significa che si puo ridurre il tempo, che si trascore con la bacchua. L'illuminatione LED-Flächenbündige Consente-DI illuminare l'ambiente interno in modo chiaro e pulito, senza doverlo fondere. Le pareti in regno massiccio-DI Edelstahloberflächen-DI Kühlschranktüren sono resistenti e gai colpi-DI dita. Il sistema Easy Access GLWI fara sentire come un bambino. Questo frigorifero congelatore Siemens low frost, il ideale per chunque voglia dedicare meno tempo alle fachsende Domstiche. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch die Glocke an, damit du keine Updates verpasst.